86 Pommes Baujahr Ist so witzig, deswegen heißt er auch manchmal Ponne 86 So Und der Ponne wagt sich ins Eis Mhm Hilft doch nicht viel Okay, hier komme ich nur durch Komme ich hier irgendwo rein? Ne, raus aber Ich würde sagen Na los, komm Komm näher, komm näher Na ja, komm ich so nicht hoch Scheiß, die Wand an Aber hier sehe ich doch Ach, da Okay, so komme ich hoch War nicht verkehrt Oh, war das schwer Scheiße Also manchmal denke ich echt Wollen nicht verarschen Speichern und weiter Und wir sehen uns im Jahre 87 Da wurde die Trine geboren Haut rein und bis dann Ciao, ciao Ich würde noch mal Vielen Dank.